gut, hab ich schon lol da ist ja einer einer down, ich bin auch fast down kann doch nur auf der Seite hoch, ne? lol da sind zwei, da sitzt noch eine Lifeline oh god ey die hat noch einen 50er Hit gekriegt, die hat eigentlich nichts mehr nein, die geht nicht down hehehe hast du den gefunden, da läuft da noch einer rum haha denis ey, was war das denn da schießt immer noch einer um uns oh mein gott alter, ich muss hier direkt aber ich hab nur den gedaunten gefinished feels bad man ich seh gar nichts, ich hab lecks ich treff gar nichts gib hier hey oh ganz oben, ganz oben äh 50er Headshot der Recall ist cunt ich seh nichts Lifeline hat low, soll ich hier oben bleiben mehrere Teams oben noch Passfinder down einer down nur noch Lifeline, ich seh nichts, da ist nur wiederbelebt okay ist tot ich hab halt immer noch nur eine Scout ich möchte keine Scout haben AUA warum hat jeder auf einmal eine Triple Take auf dem Server ich muss erstmal kurz weg ich hab gar keinen Bock mehr drauf und auf unserer Seite ist auch noch wer auf dem Dach 64er Hit da oben ja, der Ultra Low oder sitzt der da noch der ist immer noch auf dem Dach ich komm hier nicht hoch okay da in dem Haus ist noch einer also jetzt nur noch zwei, richtig? ich weiß nicht ob der zu dem Team gehört oh der hat ein lila Ding ins Alter ich hab richtig gefressen hier vor der Tür ist raus zu dir hat gefressen anders Low anders Low weißt du was mit dem Blood Town? fuck jetzt hat grad meine Nade weggebrochen OHH hab ich ein Glasert what the fuck geil lol ich hab 54 Start gemacht du ehrenhafter Typ der kam da raus konnte gar nichts machen Junge der war instant gestunt da ist noch eine Rave hinter dir Ahne der hat Low down die Rave ich fick nichts ey hier Steps Dennis hier sind welche da Roboter Roboter hat nichts mehr da ist gut, ping mal der Robo ey der hat echt nichts mehr Leucht, geh ja gleich Leucht, geh ja gleich drauf nein hinter mir ey hey what the fuck von hinter mir da kommt der Hass der Roboter als ob glaub der hat nicht damit gerechnet dass du noch in der Zone bist nein brauchst du irgendwas? ne ich hab das ich muss da kommt bei mir einer nur noch letzter 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 ich muss Hilfe komm mal hier runter schnell ich bin da ich bin da bist da wo bist du denn da? ja ich meine ich bin wieder am Start nein 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 hier sind ja übel viele nein nein einer down einer down ja ich spiel nur wieder einfach brett mich mal schnell brett mich mal schnell wo bist denn du? da kommen welche ich weiß das fängt ganz schnell oh hier Steps du Gott komm oh nein hey man oh komm hey man nice also ob das durchgeht als ob ich dein Anzeiger nicht lehre komm mal Alex lol das der Roboter ist der letzte da kommt noch welche da kommt noch welche oh lol das war ich der letzte hey kill doch voll klar wobei du hast ein kill 200 damage man lässt mich alle am Sack nie wieder die Havoc wo geht's denn hier bitte hin ja man keine Ahnung ne aufs Schürf und wir boxen die jetzt die goldene Rüstung ich hab einen geboxt der hatte eine goldene Rüstung absolut tilt ja der Gebäude kommt ja direkt alle down und rein bei mir Aua ich geh runter geh runter fuck ich hab einen down ey ich guck wenn wer runter stimmt ey scheiße oh die kommt runter die kommt runter eine Lifeline kommt runter die hat goldene Schild oh noch ne Peacekeeper jetzt kommt Double Bram die Junge die hat immer noch weiß nicht wie das geht aber egal nachladen Waffe weg wechseln hier zur Oberfläche danke Hane hier hier Bangalore nein du Wichser läuft einfach vor mir lang Aua Aua ey ey war hinter mir ne ich hab einen Lifeline getötet das ist bei meinen Haustung Alex goldene Wester wenn du willst HAH lol ich hab einen down ich bin am Arsch ich bin so hart am Arsch ich hab dich da oben einer Stone nein du Wichser wie machst du das immer durchgereiht hat was wir haben beide PSG das ist noch ein volles 3er Team ja hier die Lifeline ist ziemlich low nice jeder hat du hast doch nur gefinisht ich werde ey waren das alle ja ich hab alle gekillt Aua hinter mir ey und wieder low alter wo ist denn die? nein hier hinterm Haus das rätst gerade oh 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 mein Leben ich bin raus oh Dennis ah nö oh nicht ne Peacekeeper oh das kann nicht sein abgesnackt wie abgesnackt ja oh da läuft noch einer rum hinter dir Dennis oh jo alter ich hab vor mir noch mehr noch mehr oh 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 nein Gott bravo bravo oh NEIN mein Spiel hinter oh warum ey ich stehe hinterm drop und ich werde beschossen es ist nicht so eine gute Sitzung Aua uuuh die haben mich gepusht der ist nicht so geil ne einer down ich bin am Arsch ja ich hab dich ich kann von dir nicht pushen weil ist bei dir ein anderes Team oder was geht ab? ne die sind noch weiter weg also einen hab ich gefinisht der mich hier gepusht hat ok oben in dem Haus oben in dem Haus hat gefressen ok im Haus oben müsste noch er sein unten unten 45er Hit er ist down er ist down dann müssen da ja beide sein eigentlich schon ne AAH aber bitte lass die nicht lasern bitte nicht bitte nicht ich häng fest oh mein Gott die hat zwei äh bang äh zwei Hits gefressen äh zwei Wingman Hits die pushen dich ja ich bin wieder full ich bin oh Gott einer down ja ich muss retten ich bin aber richtig kassiert du haust am besten auch ab die pushen dich so hart power 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 alter mein Leben ich bin One-Hit wow einer ist aber down du musst eigentlich rein ja ich bin in der Granate gestorben da bist du ein bisschen trappt bisschen ne lauf einmal außen rum huah weh oh ich hab keinen bock mehr nein ich hab meine beins verwirrt ich hab auch gar keinen bock mehr auf das spiel drecks game ich höre dass ich auswählen kann aber ich hab einen schwarzen Bildschirm möchte ich mal kurz anmerken perfekt ich kann nichts auswählen ja man hat diese Fresse ist viel zu groß in dem Bildschirm Alter das Charakterentrücker kann ich auch gar nicht leiden Junge soll die Fresse genommen die Fresse geht weg und diese Fresse kommt für mich an ich bin absolut weggerannt ich bin auf meiner Planeten geflogen dann losgelaufen genau und die hinten schon wieder alles irgendwie oben ist ein Blatter und umruhüber hinter dir der ist so Aua bei mir ein Octane ey Mann Dennis wo bist du denn ja sorry man ich hab den Blattern ey da ist einer down genau auf meiner Leiche der rätzt die ja ja ich hab genau auf meine Leiche der loot da gerade meine Leiche lebt doch nicht hä ich ist noch drauf gegangen ich weiß gar nicht was du willst hey einer ist so low das kann nicht sein oh der in der Rüstung hat keine down ey man ho ey ich hab einen so hat down low geschossen ey ich krieg keine kill oh da wird Granaten reingeworfen alter da wird sich jetzt so mit angelegen oh die haben den kill in der Höhle sind auch welche oh Gott hier sind viele Leute viele Boys viele Boys die haben alle so gefressen Leute einer down noch einer oh nein ich seh keinen auch hier down brauche noch einen Moment sauber Arne schön gegen die Decke geworfen hinten 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 ja kein Schild mehr ja hä hä das ist mein Busel nein dem hab ich Schaden gemacht dem bei Busel kann man dem neuer Dings Schaden machen oh Gott nein nein nicht nades holen man kann mit den Schaden auch einfach abbauen oh ich hab nen Kill okay nein Peacekeeper ey dieser fick Peacekeeper alter nimmt die aus hab ich ne hab ich doch die rätzt ihn grad ne ja okay dann ist einer schon mal low Junge die da wird jetzt alles mal voll auf den Kopf gelandet hä ich hab keine Waffe draußen noch einer down ja pfff WG was ist denn dennis 500 Schaden das ist aber mager ja ich hab einfach gespielt let's go